Hey Freddy, schau dir das Ding mal an, Saugroboter-Angebot. Nicht schlecht, aber ich hab noch was viel besseres. Ich hol mir ne Kühlbox, dann können wir zum Schrand gehen. Hey Leute, ich hab das beste Angebot. Deine starke Partner. Und was kostet der Spaß? Unbezahlbar. Willkommen im Team. Ja. Ja.